Es ist Heer Noon. Und wenn ich euch was Neues erzählen möchte, dann wird das in den Teambuildings passieren, weil ich möchte natürlich meinen Gegnern wenig Hinweise geben, weil es gibt viele Mons, die die eine oder andere Nische haben, die mal ganz gut sein kann. Fangen wir doch gleich mal mit meinem First Pick an. Mein First Pick war das gute Megalatias. Und manche sagen, es ist overhyped, overrated, was weiß ich. Ich finde, es ist einfach saugut. Ich habe mir mal so angeschaut, was Megalatias so macht. Und Megalatias haut einfach richtig hart rein zum einen. 140 Special Attack sind jetzt nicht gerade wenig. 150 Speed Dev und 120 Dev sind auch noch sehr, sehr, sehr bulky. Und natürlich die 110 Base Speed sind sehr schön. Das heißt, es kann defensiv mitkommen, es kann offensiv mitkommen, es kann als Setupper mitkommen, es kann als Defogger mitkommen. Es kann als, es kann so viel Variation, es hat einfach, es bringt so viel Variation mit und so unglaublich viel Druck auf den Gegner, weil er nie genau weiß, was er dagegen machen muss. Megalatias zu breaken ist auch relativ schwierig. Wir fangen offensive Feuer-Pokémon wie Victini super gut ab. Das drückt halt U-Turn dagegen mit Ban zum Beispiel, macht das natürlich noch viel Schaden, aber so ein V-Generator, das interessiert Megalatias gar nicht. Und ansonsten gibt es natürlich noch immer ein paar andere Nischen, die man sicher, vielleicht sehen wir die ein oder andere. Dann kommen wir gleich mal zu meinem zweiten S-Pick, wo ich wirklich war unglaublich glücklich, dass der noch da war. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Als erstes war hier eigentlich Tapu Koko geplant für mein Lieblingsteam, weil ich Koko unbedingt mal spielen wollte. Habe ich nicht bekommen. Dann dachte ich mir, gut, gehst du auch ein bisschen was Altbewährteres zurück, was du jetzt seit Neuestem entdeckt hast. Und zwar habe ich meine Liebe zu Manafee entdeckt. Manafee ist ein unglaublich guter, spezieller Breaker. Mit Taigo ist es einfach so geil, vor allem das Selectberry-Set. Das ist sogar, das geht, es kann so einfach durch das Gegnerteam durchgehen, das ist unfassbar. Weil Manafee meistens zwei Angriffe braucht und damit eigentlich den kompletten Gegner bedeckt. Und damit eigentlich alles neutral bis effektiv trifft. Und auf plus drei Wumms das Ding halt richtig hart rein. Durch die Selectberry braucht es nicht mal unbedingt immer Full Speed. Das heißt, man kann es auch mehr Biky investieren. Da es eines der 100er Legis ist, hat es auch defensiv sehr, sehr gutes Potenzial. Und es hat natürlich auch 100 Attack, was ziemlich nice ist. Und es hat den ein oder anderen physischen Move U-Turn, der ziemlich cool ist. Also Funfact, Manafee kann auch U-Turn. Das heißt, im Prinzip kann ich das auch mal als U-Turn-Mon benutzen und physisch spielen oder so. Weil es halt auch so Moves wie Knock-Off, Liquidation und so hat. Also es hat tatsächlich Potenzial mal physisch gespielt werden. Wer weiß, vielleicht funktioniert das mal gegen den Gegner. Mal schauen. Und ansonsten gibt es natürlich noch die ein oder andere Nische. Wie gesagt, dazu möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Mein nächster Pick war dann ein Pick, den man vielleicht im A-Rang jetzt nicht unbedingt als so krass gut ansieht. Weiß ich nicht. Für mein Team war es auf jeden Fall mit eines der wichtigsten Pokémon und zwar Silvion. Silvion bringt mir nämlich eins und zwar Wunschtraum, was ich sehr, sehr gut finde. Denn mit Megalatias zusammen finde ich Wunschtraum sehr, sehr gut. Und Heal-Bell, weil dann Megalatias nicht darauf angewiesen ist, Refresh zu drücken, was halt den Status heilt. Plus hat Silvion auch noch Batten-Pass mit Core-Mind, was ich auch ziemlich cool finde, auf Manafee oder Megalatias zu pasten. Dass die einfach instant ihre Boosts bekommen, ohne dass die was machen, während Silvion halt Biky gespielt werden kann und dann mit Batten-Pass um sichern kann. Plus hat Silvion auch Hyper-Voice und kann mit einem Choice-Backs auch sehr gut als spezieller Breaker, als weiterer spezieller Breaker formulieren. Der vor allem auch durch Subs durchgeht. Wie wir letzte Season bei dem P2 von Zui gesehen haben, könnten Subs nämlich durchaus nervig werden. Oder es kann auch als Screensetter benutzt werden, wie wir bei Tabasco gesehen haben. Weil ich habe die Vielseitigkeit von Silvion entdeckt. Ich habe auch letztens etwas auf Twitter gesehen, was ich jetzt nicht erwähnen werde. Aber das habe ich auch gesehen und das fand ich, oh, da dachte ich mir, boah, das ist auch ein geiles Set. Vielleicht kann man das ja mal bringen. Auf jeden Fall Silvion. Auf den ersten Blick unscheinbar nicht so vielseitig. Wird auch wahrscheinlich sehr, sehr oft nur als Wunsch-Traum-Unterstützer dabei sein. Aber in die Rolle passt es halt perfekt rein und die Rolle soll es ja auch vor allem in meinem Team erfüllen. Dann gehen wir einfach chronologisch weiter, denn mein nächster Pick war wieder ein A-Rang-Pick und zwar Mammute. Ich habe zum einen Rocks gebraucht, zum anderen habe ich einen physischen Breaker gebraucht. Und ich wollte auch ein bisschen Prio dabei haben und da dachte ich mir, hey, Mammute bringt mir vor allem jetzt einen 80er Speed. Das heißt, wir haben jetzt 60, 80, 100, 110, was schon mal ziemlich cool ist. Und Mammute hat diesen super coolen Vorteil, dass es halt den Eisschart mit sich bringt, was eine super coole Prio ist. Und 130 Base-Attack mitbringt mit natürlichem Bulk und Thick-Fat, was ziemlich nice ist. Weil ich die Fähigkeit tatsächlich sehr, sehr gerne mag und wir da gegen sowas wie Freeze-Dry nicht so viel Angst haben müssen mit Memo. Dadurch, dass wir halt durch unseren Bodentypus eigentlich neutral gegen Eis werden, resisten wir das jetzt quasi wieder. Die Coverage ist jetzt nicht gigantisch von Mammute, aber vollkommen genug. Wir haben Knock-Off, wir haben Iron Head, wir haben Isaac Crash, Eisschart, EQ, mehr brauchen wir meistens nicht. Superpower vielleicht noch. Und wie gesagt, das eine oder andere Interessante wie Stealth Rocks oder Endeavor, meine ich war es. Also, wie heißt das, Dresch, nicht Dreschfliegel. Die Notsituation kann es auch, wobei ich da eher ein anderes Mon für mich sehe, weil ich Mammute wirklich als, im besten Falle als physischen Breaker reinbringen möchte. Was zum Beispiel auch mit, was mir jetzt wieder einfällt, Bad and Pass Manafee, äh Manafee, genau, Bad and Pass Manafee. Mit Bad and Pass Sylveon tatsächlich auch wieder möglich ist, wenn das so passt. Dann als nächstes habe ich wirklich, ich wollte was Schnelles haben und in der Runde gingen schon Blitzer weg. Und Blitzer war so ein Ersatzpick dafür, weil ich halt was Schnelles, was wirklich Schnelles wollte. Und zwar X-Bud habe ich mir als nächstes geholt. Und ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben X-Bud in der Liga gepickt. Noch nie. Genauso wie Mega Latias, aber... Mega Latias macht halt dasselbe wie Latios, Latias... Naja, eigentlich nicht dasselbe, aber... Von den Moves her ist es halt sehr ähnlich. Ähm, X-Bud habe ich davor noch nie gespielt gehabt, deshalb dachte ich mir, jetzt wird es mal Zeit, dass du es spielst. Hat 130 Base Speed, das ist, mhm, so schön schnell, was einfach grandios ist, weil du möchtest etwas haben, was wirklich schnell ist. Ähm, worauf vor allem die Scarfer Speedcreepen müssen. Ähm... Wir haben eine sehr, sehr solide Coverage. Ähm, wir haben tatsächlich auch Setup auf, ähm, Crowbid wie auf fast jedem anderen Mann bis jetzt in meinem Team. Ähm, bei Marmott Hill, naja. Aber wer weiß. Ähm, mit Nasty Plot ziemlich cool. Wir haben einen sehr schnellen U-Turner, was ich sehr gut finde. Wir haben außerdem einen zweiten Defogger, falls ich den mal brauche. Neben Mega Latias. Crowbid hat natürlich selber, ähm, auch eine Hazard-Schwäche, aber... Hat dafür auch Roost und ist allgemein relativ... Ist okay, Balki. Ähm, was ich ziemlich gut finde. Ähm, und kann auch mit, äh, so Support-Attacken wie Tailwind, äh, Superfang auch richtig gut agieren. Und ich freue mich jetzt schon, das Ding zu benutzen. Ist einfach vielseitig wie sonst was. Und das finde ich sehr, sehr gut. Apropos vielseitig, kommen wir zu meinem vielseitigen C-Rang-Pick, und zwar Miltank. Miltank ist... Ich weiß nicht, ich wusste halt nicht, wie weit, ähm, das auf der Liste von anderen stand. Aber ich habe gesehen, okay, du möchtest einen wirklich sehr soliden Rocksetter. Was heißt soliden? Eigentlich einen Rocksetter, wo du halt wirklich Rocks drauf spielst, der nicht Marmott Hill heißt. Ähm, und das ist Miltank für mich. Ähm, der auch gleichzeitig Mega Glurak X zu dem Moment aufhalten konnte, denn ich habe gesehen, was machst du eigentlich, wenn Glurak X auf plus 1 ist? Nix. Aber mit Fickfett, Miltank, können wir doch was machen. Allgemein hat Miltank drei sehr gute Fähigkeiten. Einmal, ähm, halt die Speckschicht im Vegetarier und, ja, eine Fähigkeit, was es macht, dass es Geister angreifen kann. Gut, die jetzt eher weniger Scrappy, irgendwie so, ähm, kann. Es hat Rocks, es hat noch immer Heal-Bail-Support, was bedeutet, dass ich auch auf Sylveon nicht immer Heal-Bail spielen muss, sondern auch auf Miltank Heal-Bail spielen kann, was sehr nice ist. Hat Milchgetränke, um sich selber wieder hochzuheilen. Ähm, hat tatsächlich sehr viele Angriffsattacken, was ziemlich gut ist. Das heißt, mit der Coverage von Miltank können wir defensiv agieren, gleichzeitig aber auch gut austeilen. Sowas wie Body Slam finde ich immer sehr cool, weil 30% Para sind schon ziemlich nice. Das sind Siedewasser-Burnen-Para und Para-Yellow Magic ist sowas, was sehr, sehr cool ist. Und deshalb habe ich Miltank auch gepickt, weil Miltank potenziell Zugriff auf Yellow Magic hat und das auch ganz gut einsetzen kann. Und das gegen den einen oder anderen Kader vielleicht sogar relativ nützlich werden kann. Plus, äh, ist Vegetarier auch als, äh, Pflanzen-Immunität sehr, sehr cool, wie ich finde, weil, klar, Memo hat halt die Eisattacken, wird aber trotzdem vom Pflanzen-Move selber, äh, sehr effektiv getroffen. Und das sind halt so meine momentanen zwei starken, sehr starken Breaker. Und da ist auch ein Vegetarier-Mon vielleicht gar nicht so schlecht. Dann habe ich als nächstes, ähm, sehr viel Angst vor Mega-Medi-Jam gehabt, weshalb ich hier tatsächlich einen sehr spontanen Pick genommen habe, den ich auch noch nie gespielt hatte, und zwar Echna-Toll. Echna-Toll ist ein Mon, was ich durch Mindchub, äh, ich hab's lieben gelernt, ich find das Ding so cool. Erstens haben wir T-Spikes-Support jetzt, was ich sehr, sehr cool finde, ich find T-Spikes saugeil. Zweitens habe ich jetzt hier meinen Rest-Torten-One dabei, mein, mein neues Granbull, mein Rest-Torten-One ist jetzt da. Ähm, ein Spin-Blocker, was ziemlich nice ist, allgemein sind es Ghost-Types, ziemlich cool. Defensiv unglaublich bulky, mit immer noch 95, äh, Special-Attack. Es hat, äh, mit Core-Mind und Nasty-Plot zwei sehr gute Setup-Optionen. Ähm, hat allgemein noch sowas wie Haze, was ziemlich cool ist, um, ähm, einfach Setup wieder zunichte zu machen. Und eigentlich das Allerwichtigste, es hält Mega-Medicham komplett auf. Das macht einfach gar nichts dagegen, das verliert sofort eigentlich. Also mir würde jetzt kein Set einfallen, wo Mega-Medicham irgendwie was gegen, äh, Kofag machen könnte, weil es verliert erstens seine Fähigkeit, zweitens sind wir sehr effektiv und drittens machen seine Angriffe gefühlt alle nichts. Also Kofag war hier ein sehr, sehr wichtiger Pick. Okay, plus dachte ich mir, okay, als ich so geschaut habe, was Ele gemacht hat, dass er so ein halbes Trick-Room-Team spielt und ich tatsächlich bis jetzt sehr schnell unterwegs bin eigentlich, wenn wir Silveon ausnehmen, ähm, weil Militang halt immer noch 100 Base-Speed hat. Ähm, was vor allem für ein defensives Pokémon ziemlich cool ist, weil halt dadurch, dass es defensiv ist, schneller als die anderen defensiven ist. Ähm, wollte ich noch etwas wirklich Langsames haben, was vielleicht sogar selber vom Trick-Room, ähm, halt hervorgehen, den Trick-Room selber gut nutzen kann, weil Kofag ist ja auch ein Trick-Room-Mon und vielleicht können wir dann, wenn wir noch etwas langsere Mon-Mons in der Hinterhand haben, ähm, damit Trick-Room, zum Beispiel Trick-Room Silveon mit Choice-Specs, stelle ich mir richtig geil vor. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch mal kommt. Vielleicht sollte ich sowas nicht verraten, aber was soll's. Also Kofag auch sehr, sehr cooles Pokémon. Nach Kofag, ähm, war dann das Problem, dass mir Vishu weggepickt wurde. Vishu war eigentlich jetzt, äh, an dem Slot von Magne-Zone angedacht, denn Vishu hätte mir nochmal U-Turn mitgebracht, was ich sehr, sehr gut gefunden hätte, vor allem für Manafium-Marmute, war dann leider weg. Das bedeutet nämlich, ich hätte nämlich dann im C-Rang Magneton gepickt und hier an der Stelle wäre halt Vishu gewesen, statt Zone. Jetzt habe ich Zone, super starker spezieller Angreifer, vor allem mit Analyse, dadurch, dass es halt wirklich relativ langsam ist, kann das eben mit Trick-Room-Kofag ziemlich gut funktionieren. Äh, und speziell hauen wir da wieder unglaublich gut rein. Klar, die Coverage ist jetzt wirklich sehr begrenzt, also es wird halt meistens Vote, Switch, T-Vote, Flashcan, HP, Signal Beam oder irgendeine Nische sein, ähm, weil was anderes nicht wirklich funktioniert, aber was anderes brauche ich auch nicht wirklich. Zum einen kann ich damit potenzielle Steel-Types, äh, die meinen Mega-Latias stören, ähm, aufhalten, beziehungsweise trappen, was mir relativ wichtig ist, was ich ziemlich cool fand, auch wenn die Steel-Types, die gepickt wurden, jetzt nicht unbedingt die sind, gegen die Magnezone antreten möchte, ähm, aber sowas wie Skarm zu trappen, finde ich ziemlich cool, oder Clefki, damit die nicht zu viel Zeug da machen, ähm, sowas wie Karowon ist halt wieder kritisch, weil das EQ, äh, Zugriff da drauf hat, ähm, oder auf Flammenwurf, aber dagegen kann man sicher auch nochmal was machen, also so ein Mon, das ich tatsächlich schon immer mal spielen wollte und wie ich finde, im B-Rang wirklich, wirklich, nennen wir es mal, billig zu bekommen war. Dann habe ich als nächstes meinen D-Rang-Pick gestartet, denn ich war mir sehr sicher, dass ich meine letzten drei Mon's kriege, bei dem war ich mir noch am unsichersten, und zwar Fuego, ähm, die gute alte Wrestler-Katze, Tiger, ich denke mal, er ist ein Tiger, ähm, wie ich finde, eines mit der besten D-Rang-Picks, ich finde nämlich, die Coverage ist durch, ähm, Ultrasun und Ultramoon richtig cool geworden, er hat nämlich, ähm, zu meinen Knock-Off dazu bekommen, was ich ziemlich cool finde, das wäre jetzt dann mein, eins, zwei, drei, vierter Knock-Off-User, mein zweiter Viable-Knock-Off-User war ja auf Kofag und Mana wird nicht sehr auf Knock-Off kommen, ähm, wir haben nochmal Slow U-Turn, was ich ziemlich cool finde, beziehungsweise allgemein U-Turn nochmal dabei, was ziemlich gut ist, potenziell kann Fuego auch als Scarfer sehr gut, äh, benutzbar sein, plus ist Fuego wirklich unglaublich balky, wie ich gesehen habe, ich glaube, das hat irgendwie 95 HP und 90 in beiden Death-Erden, das ist wirklich sehr, sehr gut, das könnte potenziell sogar mal defensiv mitkommen, wenn ich mal ganz lustig bin, als Rest-Hawk-Nutzer oder sowas, aber ansonsten haben wir noch Darkest Lariat, was ich ziemlich cool finde, womit wir einfach die Stats des Gegners ignorieren, da kann er so viel Cursen, wie er will, das wird trotzdem immer noch guten Schaden, äh, genauso viel Schaden wie immer machen, weil es halt die Stats ignoriert, ähm, wie gesagt, Rain Punch ist dazu gekommen, ich glaube, noch irgendwas Cooles ist dazu gekommen, dass ich mich jetzt nicht erinnere, was ganz cool war, ansonsten finde ich die Coverage für den D-Rang-Pick allgemein auch sehr, sehr gut, plus haben wir jetzt noch einen Feuer-Pokémon und einen Dark-Type, den ich haben wollte, ähm, vor allem für die Steel-Types ist das wieder sehr, sehr gut, um die wegzuklatschen, ist Fuego auf jeden Fall eine sehr solide Option, ähm, vor allem die Steel-Types, die halt momentan da so rumlaufen, die kriegen, die kriegen doch, ja, ganz gut Schaden von Fuego, ähm, plus ist das jetzt erst mal eine zweite Hazard-Schwäche, was ich sehr, sehr gut finde, ich wollte auch mit eigentlich kaum Hazard-Schwächen reingehen, damit Rocks halt kaum gespielt werden, da, ich kann schon mal spoilern, ähm, ähm, ich nur zwei Defogger habe und das sind Megalatheos und Crobaton, auf beiden möchte ich eigentlich nicht immer gezwungen sein, auf einem von beiden Defog zu spielen, denn, Funfact, es war eigentlich geplant, dass ich noch, ich glaube, Lurantis hieß es auf deutsches, Contrarymon im PU, ähm, mit reinnehmen, das was Leafstorm hat und so, ähm, das wäre nämlich nochmal ein guter Defogger gewesen, ähm, vor allem im D-Rang finde ich den saugut, hat, äh, Gott sei Dank keiner gepickt, bleu ich relativ froh, das hätte nämlich auch, äh, im Sticky Web zum Beispiel sehr gut, wäre im Sticky Web sehr gut gewesen, weil es halt im Plus Eins Speedboost bekommen hätte und vielleicht ein oder andere Gegner das vergessen hätte, aber naja, dann kommen wir doch, äh, zu dem anderen D-Rang-Pick, den ich da stattdessen gemacht habe, und zwar Wolverog, Wolverog ist, äh, so das Mon, wo ich mir dachte, gut, du brauchst jetzt halt noch einen D-Rang-Pick, und Wolverog bietet sich ja eigentlich an, denn ich habe eigentlich in einer Liga sehr gute Erfahrungen mit dem Ding gemacht, plus dachte ich mir, der Marvin, der hat das Doutland gepickt, ich glaube, der wird den Barry machen und noch einen Hippopotas picken, und jetzt habe ich selber noch meinen Sand Rushmon, das heißt, ähm, da, na, können wir selber mal den Sand abusen, falls er meint, er müsse es gegen mich mitbringen, können wir den selber nutzen, durch die Usum, äh, Move Tutorn hat das auch eine sehr passable Coverage dazu bekommen, wir haben hier nochmal einen Rocksetter, was ich ziemlich gut finde, ähm, potenzieller Rockset-Lead, ähm, was ich ziemlich cool finde, das heißt, ich muss Memo dafür nicht benutzen, was ich cool finde, plus haben wir hier nochmal eine Prio neben der Eishard von Memo, der Quick Attack von Felinara und X-Bud, und, ähm, dem Fake Out von Fuegro, haben wir jetzt hier noch Essayrock, oh, und den Sucker Punch von Latias, darf ich natürlich nicht vergessen, ich hab echt komische Prios auf, also, komische Prios für meine Mons, weil Quick Attack, Robin und Sucker Latias, aber naja, ähm, man kennt Lycanroc, deshalb gehen wir jetzt zum letzten Pick, und zwar, der wohl, äh, hinterfragsteste Pick, naja, eher Z-Stein, und zwar hab ich Viridium mit dem Z-Stein gepickt, das möchte ich jetzt kurz erklären, weil einige dachten, warum hast du den nicht auf Manafie? Punkt Nummer 1, Manafie möchte eigentlich das Support-Item haben, das möchte es eigentlich fast immer spielen, und das ist auch meistens besser als der Z-Stein, weil, auf plus 3 ist Manafie eine Zerstörungsmaschine, bitte, das braucht den Z-Stein fast gar nicht mehr, und selbst wenn nach Rocks und sowas, äh, holt Manafie halt meistens seine Kills. Punkt 2, ich finde, Viridium kann besser mit dem Z-Stein, in Anführungsstrichen, besser mit dem Z-Stein umgehen. Ich hatte nämlich zum einen, äh, eine relative Dark-Weakness, in Anführungsstrichen, halt Sylveon, wäre das einzige, was das abfangen könnte, und Feagro, Feagro wird nicht jeden Spieltag mitkommen. Viridium kriegt jetzt einen Plus-Eins-Attack-Boost, sollte man sich merken, wenn es von einer Undicht-Attacke getroffen wird, und wenn es halt den Z-Stein kriegt, dann kann es halt mal ein Plus-Eins-Z-Close-Core mit raushauen. Ähm, wir haben sowas wie, äh, Z-Steinkante, die wir halt natürlich immer treffen, wir haben sowas wie Z-Bounce, was wir nutzen können, also eine Z-Flug-Attacke. Wir haben, ähm, natürlich SD oder Core-Mind, wir können uns auf beiden Seiten setuppen. Wir haben nochmal einen Mon, das potenziell speziell defensiv gespielt haben, gespielt werden kann, weil es halt sowas auch wie Synthese haben kann. Also ich finde, und Quick-Attack hat es natürlich auch als Prio. Ich finde, Viridium ist ein sehr, sehr cooles Pokémon, plus, ähm, ist das jetzt meine zweite Vierfach-Schwäche, und ich finde es tatsächlich immer gut, wenn man schon eine Vierfach-Schwäche drin hat, dass man zwei mitnimmt, dass, äh, wenn der Gegner die Qual der Wahl hat, er sich für eine HP entscheiden muss, entweder HP Flying oder Ground gegen so, wenn er sich halt entscheiden muss, und die fangen halt gegenseitig die HPs auch noch sehr gut ab, was ich jetzt erst gerade merke, was ich ziemlich cool finde. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Team. Was ich zu meinem Team sagen möchte, ist, es wird von ein paar als Favorit, äh, angesehen. Ich hasse sowas, wenn man sowas sagt, das setzt mich immer enorm unter Druck. Aber naja, ähm, ich rede jetzt mal lieber über die Schwächen, die ich in meinem Team sehe, beziehungsweise was ich nicht habe. Zum einen habe ich keine Spikes, was ich ein bisschen schade finde, weil ich Spikes ziemlich cool finde, aber wir haben halt dafür T-Spikes, die normalen Spikes nicht. Ich denke, damit muss ich einfach leben. Punkt 2, ich habe leider keinen guten Pursuit-Trapper. Äh, ich glaube, das Einzige, was bei mir verfolgen kann, ist Crowbat. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt enorme Probleme mit Geistern. Wir haben halt Miltang und Fuego, die das Ganze gut abfangen. Wir haben sowas wie Sylvia und was ganz Gutes. Das Einzige Problem, was ich halt habe, ist, dass wir Megalatias haben und, ja, da sind Geister doch ein bisschen nervig. Ähm, die Ducktap-Schwäche haben wir ja ausgeglichen, die ich anfangs ein bisschen Angst hatte, aber, sagen wir ehrlich, so viele krasse Geister laufen jetzt auch nicht, glaube ich, in Liga 2 rum. Also, mir würde jetzt spontan halt Gengar einfallen, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil Gengar mit seiner Coverage mein Team sehr, sehr gut treffen kann. Ähm, ja, das wäre so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde an Geistern, die so rumlaufen. Ich könnte jetzt spontan einen Blick reinwerfen, die, was es so gibt, aber, ja, das war's zumindest. Ähm, plus noch irgendwas ist mir, glaube ich, aufgefallen. Genau, äh, ich habe leider nur zweimal U-Turn und einmal Vote-Switch, dafür noch, ja gut, wir haben noch mal noch viel mit U-Turn und Bettenpass auf Sylvia, aber, ich hätte gerne noch einen weiteren U-Turner gehabt, weil ich finde, ein bisschen mehr U-Turn hätte ich schon gebrauchen können, weil auf, auf Vuelgo kann man das eigentlich immer mitnehmen, auf Magneton wird, wenn es dabei ist, halt auch immer Void-Wechsel sein. Ähm, Crow-Button nicht immer zwingen U-Turn, je nachdem, was für eine Rolle es spielen muss halt, und auf Sylvia und Manafiel, ne, wie gesagt, das wird sehr selten der Fall sein, dass das so kommt, ähm, was halt ein bisschen doof ist, aber, ich denke, damit muss ich jetzt einmal, einfach, damit muss ich jetzt einfach leben, ähm, ich denke auch, das ist jetzt noch verkraftbar, ähm, weil es jetzt doch nicht der Weltuntergang ist und das können wir noch händen. So, was ich an Geistern jetzt sehe, wäre einmal Crypook, ähm, ansonsten ist Apollo noch da, gut, Apollo kann ich eher händen als Gänger, vor Apollo habe ich jetzt nicht so krass viel Angst, und ansonsten sehe ich jetzt hier bis jetzt keinen krassen Geist, vor dem ich so stark Angst haben möchte. Double Eight ist noch da, aber Double Eight kriege ich tatsächlich besser gehandelt als die anderen. Da haben wir zum Beispiel Zone, klar, das hat, ähm, das Schwertzeug da, ähm, aber das sollte händelbar sein mit dem ein oder anderen Mon von meinem Team. Wie zum Beispiel Furaco. Also Furaco ist, ich finde, sehr, sehr guter Pick in meinem Team. Deshalb bin ich gespannt, ähm, wie ihr mein Team so findet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, das ist jetzt doch länger geworden, als ich gedacht hätte, aber was soll's. Das ist jetzt so, und dann sehen wir uns am Mittwoch, wo wir gegen den guten Crowdcontroller, äh, spielen, an unserem ersten Spieltag, und schauen, wie es da so wird. Deshalb sehen wir uns, hoffentlich, dann beim ersten Spieltag von Season 5 der GPL. Bis dann, und gutes High Noon.